Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800. Wir spielen den Anarchisten via Das Heißt. Wir haben den LP Tristan dabei, wir haben den Justin dabei und genau die Begrüßung, die standardmäßige. Wir haben hier den super Anarchisten mit seiner Propaganda, wenn ihr es hört. Freiheit, Einheit, Freude. Einheit und Freude, ja. Freiheit, Einheit und Freude, das klingt fast wie im Zweiten Weltkrieg. Und damit starten wir jetzt weiter und dann hoffe ich, dass ihr gleich da seid. So, ich bin jetzt endlich in der zweiten Stufe. Komplett drin. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Part mitgekriegt haben. Kann man auch nur halb... Aufgaben, äh, Aufnahmen haben wir das jetzt auch geschafft. Warte, du bist auch schon drin. Mann, ihr seid mir zu schnell. Also ich bin noch gar nicht schnell. Ich hab grad... Oh Gott, ich muss mal was upgraden. Ich hab zu viel, äh... Moment, ich hab über 200 Bauern gerade übrig. Ja, ich hab auch die erste Zügelei jetzt. Hast du auch genug Arbeiter, Handwerker? Leute, Arbeit sollt sich doch aus. Jawohl. Sorry. So, haben wir das jetzt auch erreicht. Ich bin jetzt, äh, bei den Arbeitern. Mit den Gerüchten vergnühten Arbeiter. Ich muss sagen, ich hab ne echt erzarme, äh, Insel tatsächlich. Ich hab zweimal Erz... Ich hab erzreich. Also mit viermal kann ich richtig gut was machen. Ne, ich hab zwei Lehm, ein Eisenvorkomm, dreimal Steinkohle, zwei Kupfer und einmal Zement. Ja. Ey, was brauche ich? Wie kann man nochmal die Quests komplett... Ach so, okay. 27. Ich brauch mehr Fisch. Neue Befehle? Oh, ich wollte gerade... Das heißt, ich muss leider ein bisschen übertreiben. Ach so, das... Ich muss mal gucken, ob ich noch alles hab. Bisher sieht noch alles gut aus. Warum brauchst du mehr Fisch? Na, weil ich das brauch für den Anarchisten. Der will das für 27 Fisch haben. Und das dauert sonst zu lange. Ich hab nur 21 Minuten. Ich sollte auch gleich mal ne Aufgabe suchen. Das ist eigentlich ne gute Idee von dir. Tatsächlich wirkt das. Ich hab die einfach so bekommen, wie ich grad gesehen hab. Und doch der mir so, ja, nimm mal mit. Du hast uns die also weggeschnappt. Äh, nee, der Anarchist mag mich im Teil. So, ich bin in einer Hafenstadt. Schön. Der schummelt. Das war aufpassen. Keiner Quest. Ja, ich schummle die ganze Zeit. Warum habt ihr schon Quest? Und ihr wird keine angezeigt. Ne, ich hab auch keine Quest. Also macht nix aus. Und alles mit dem Siegel der Königin. Jetzt heißen, dass ich wieder betrüge. Ja, ja, komm. Ich muss mal gucken, wo hier irgendwo Paprika ist. Da hinten wäre Paprika. 21 Fisch. Gut so. Und hier wäre Paprika. Ach, ich muss auch wegen Paprika gucken. Haben wir hier? Ja, ich hab ne untere Insel. Hm. Ist irgendwo ne Insel, die größer als 5,5 cm? Da wär auch Paprika. Die hier ist auch... Die sind alle nicht so geil. Das ist total schade. Ich merke grad, bei mir ist echt auch nichts geilet. Außer unter mir ist eine kleine Insel mit Paprika. Das wird vielleicht mein Problem sein später. Die Paprika. Ja, aber Paprika sind eigentlich so viel... So groß sind die nicht. Also das kriegt man auch gut gehändelt. Ich stehe zur Verfügung. Falls ihr jemals angekündigt wird, wird ja wohl nicht so sein. Ich hab ne Paprika-Insel, also von daher, ich bin erst mal ausgesorgt. Also, ja, ich kann dir was abgeben. Wollte ich nicht. Auf keinen Fall. Ich hab gesagt, ich kann. Ich hab nicht gesagt, dass ich es werde. So. Dann bauen wir hier in einem Blaupausen... Die Sonne wieder sind heute. Blaupausen-Manier weiter. Ich merk schon. Blaupausen-Modus an. Ich bin mal ein Plus. Achso, ich bin mal plus 300 im Moment. Ne, ich noch nicht. Ich muss jetzt mal ein paar mehr Leute hier ranziehen. Ne, ich bin die ganze Zeit schon im Plus, also von daher. Oh. Ich meine, das sind die Leute, die die ganze Zeit im Plus sind. Wie gut, wie gut, wie gut. Ey, was denn? Was hast du denn jetzt? Mein Sägewerk brennt, ist klar. Ja, Feuerwehren bauen. Ja, bei mir hat noch nie ein Sägewerk gebrannt. Bei mir aber auch noch nicht. Jetzt ist es mir auch neu. Bei mir schon, glaube ich. So 27. Da sind die Fische. Auf nach unten zu dem guten Hugo. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken. Ah, sie haben sich selber gelöscht, glaube ich. Ein Sägewerk, was sie selber löscht. Ja, es ist direkt an der Küste. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ja, eigentlich geht das, glaube ich. Dachte ich, geht das nicht. Vielleicht durch den... Haben die das bei Anno 1800 ausgeschalten, dass die sich selber löschen können? Eigentlich ja. Boah, ist ja dumm. Ja, die steht halt echt nur da. So, oh mein Gott, unser Sägewerk brennt. Mini, mini, mini. Ja, na klar. Muss man doch machen. Ähm, da habe ich Schnaps. Wo bauen wir jetzt das andere hin, was ich bauen möchte? Was willst du denn bauen? Schweine. Achso, du willst die Wurst machen? Die Wurst heißt das. Wurst, Junge. Das müssen wir noch mal üben. Weil ich mit dem Blaupausen muss. Das muss ich mal ändern. Ich finde es für einen auch lustig. Ich habe ein Wirtshaus, aber da können sie nichts trinken. Boah, also bitte. Ich habe keinen Schnaps. Das ist egal. Das ist trotzdem Zufriedenheit. Warum auch immer. Naja, einfach weil es da steht, weißt du? Ja, einfach damit sie sich da unterhalten können. So, damit haben wir auch schon die erste Metzgerei. Da bauen wir sofort mal eine zweite. Eigentlich ist es nicht gut, weil dieses Übertreiben führt nämlich dazu, was ich hier mache. Dass er immer schneller sein muss als sein Volk. Ähm, das führt nämlich dazu dann, dass man dann doof dasteht, wenn man Stahl baut. Oh ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kenn ich. Wo ist mein Schiff? Hallo Schiff? Wo bist du? Ach, da oben ist mein Schiff. Okay. Ah, das ist eine Aufgabe. Ist ja mein Schiff, entweder mal da unten angekommen. Aber die Piraten, die machen mich echt ein bisschen kürzer, dass sie dort in der Mitte sind. Sei impulsiv. Ich finde die ganz entspannte Halt in der Mitte. Oh Gott, das ist alles... Schlagschiff erwartet Anweisungen. Oh Gott, das war jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Aber okay. Wir gucken mal, ob wir es hinbekommen. Die Zeitung, mega gut. Ja, du bist zu lahm. Das geht erst ab einer bestimmten Größe, glaube ich. Ich bin zu lahm. Ich bin zu langsam. Hätte ich gemobbt. Keine Sorge, ich kann gleich weitermachen. Könnt ihr jetzt mal bitte ein bisschen Wurst herstellen, ihr mein gutes Volk? Ihr mein gutes Volk? Okay. Nimmst du die Insel nehmen oder hier die Insel? Hm, die hat natürlich noch Fälle. Fälle brauchen wir eher als... Ne, Fälle haben wir auf unserer Hauptinsel. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh, die Piratin hat schon ihr erstes Schiffchen rausgeschickt. Ja, das fährt schon eine ganze Zeit darum. Ach so, habe ich mir ja auch nicht mitgekriegt. Ah. Was kannst du eigentlich? Du kriegst nichts mit. Du bist voll langsam. Danke, danke. Okay, so... Ja, ist okay. Das brauchen wir gleich auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Zum einen... Du könntest ja blau-Pause-Modus hier mal beendet, seine Promiarholzer. Kauf ich eigentlich Holz ein? Ja, ich kaufe Holz ein, aber... Spielstand gespeichert. Ach so, ich wollte mal gucken. Schnaps ist gut. Kleidung könnte besser sein. Wenn ich das überlegt habe, das brauche ich auf jeden Fall, ne? Ähm... Und dann brauche ich 18, 150. Ich mache mal eine Kleidung mehr. Eine... Ein Scharresfeld. Machen wir mal so. Ich versuche gerade bei mir den Platz so ein bisschen auszunutzen. Das ist, äh... Schwierig. Ja, ich weiß nicht. So richtig gut ist meine Insel. Was heißt so richtig gut? Aber das ist halt so ein... Ja. Es gibt besseres Management, ich würde so sagen. Ich versuche auf jeden Fall jetzt jegliche Ecken zu nutzen. Das ist sehr gut. Da ist mir nichts verkehrt. So. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Musik viel zu laut ist. Ich hoffe, das ist... Dem ist nicht so. Jetzt habe ich... Was hast du gesagt? Ja. Genau. Ich brauche mehr Kohle. Wie kriege ich das denn jetzt her? Ich muss das machen, das? Okay. Hm. Punkt und Komma. Punkt und Strich. Der Tristan, der baut ganz anders. Ah ja, genau. Du brauchst ja immer irgendwie komplett anders als ich. Äh, ja. Wir sollen ja auch nicht immer gleich bauen, ne? Nö, nö. So, ja. Er macht das so. Admiral auf der Brücke. Mein Baustil. Obwohl ich den schon wieder geändert habe, wie man mitkriegt. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Ach, das ist der Anarchist. What the fuck? Bei dir gibt es so voll die Autobahn. Und wir alle wohnen. Meinst du bei Mario? Ja. Ich bin halt. Was? Warum ist die Piratin wieder bei mir? Hallo? Uh. Sie steht auf dich. Bieg ihr einen guten Wein an. Oder einen guten Schnaps. Der Piratin? Ja. Die zeigt den Vogel. Du musst nur die richtigen Argumente haben. Sprunghast. Das haben wir schon mal auf dem Thema, oder? Ja. Mit den guten Argumenten, die man bei ihr nicht haben kann. Ja. Dafür brauche ich Ziegel. Ich muss Ziegel einkaufen. Ja, bei mir sind im Moment, ich habe zwei Lebengruben. Oh, eine Quest von Archibald? Cool. Liefern sie 22 Ziegelsteine. Ja, moin. Oh, der hat 50 in Angebot. Ja, dann kauf die und liefere die ab. Nee, 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 nee. Das lässt du jetzt schön bleiben. Nein. Ich kann dir die gerne wieder rausschmeißen. Ah, nee, nee. Ah, wenn, ich habe nur selber 18 Ziegelsteine, wäre jetzt ohne das Problem. Wieso habe ich 50 Fische, meine? Äh, Fisch muss doch auch neu bauen. Nee, pass mal auf. Ich habe jetzt eine Quest abgegeben, wo Fisch dem Typen hier unten eben hat, Hugo. Ja. Und habe dafür Fisch bekommen. Und zwar 54. Wow. Er hat sie einfach verdoppelt. Ja. Er hat Experimente damit betrieben. Er ist gruselig, der Typ, sagt ich doch. Aber ich mag... So. Könnt ihr nicht mit mir mal mit einer Allianz spielen? Ja, ich mag das nicht, yo. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, nee. Oh, fuck. Ich muss ja noch hoch. Ich muss ja noch zu Arsch. Arschibyte und hier was abholen. Mein Schiff ist da. Dann kann ich meinen Rest die Fische rinnen liefern. Dann haben wir hier noch Fisch. Natürlich so nicht. Also doch richtig hier rauszuwählen. Und dann unter Dressi Verkaufweg oben bei den Arschibyte, wo der andere... Wo schon wieder hier, äh, Justin ist. Was? Oh. 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 Kaufst du nur die Ziegel dort ein oder nicht? Sag mal bitte. Was ich gewesen... Weil sonst würde ich die Ziegel... Ja, okay. Warum hast du Stahl gekauft, Mann? Ich wollte gerade eine Insel einnehmen. Dumdi-dumdi-dum. Ich hätte heute alle hier mal hin. Ist das ein scheiß Ernst? Was denn? Hier hin muss ich, okay. Na, was willst du machen? Allianz zivilisierte Nationen. Ja, schön. Ja, schön. Wie kann das Allianz... Mein Gott, da habe ich einmal vielleicht ein Minus bestanden. Veröffentlichen. Äh, du hast da irgendwas weggeschmissen, Globig. Ich? Ja, da liegt Treibgut. Vor Archibald. Oh, die Piraten hat schon mindestens zwei Schiffe. Schiff, dahin. Spielstand gespeichert. Kann nicht aufgenommen werden. Oh. Hast du volles Inventar? Ja, hier habe ich es auch gerade mitbekommen. Wo war ich da? Ich hatte 51 Ziegel gekauft. Und diese eine Tonne Ziegel, die liegt jetzt neben Archibalds Insel, damit ich jetzt meinen Questgegenstand hier aufnehmen kann. Fünf Tonnen Gold. So, jetzt kann ich da wieder hin. So, ich fange jetzt mal an, die Wurst an zu kurbeln hier. Macht das. Ich weiß, ihr seid schon, wiss ich nicht wo, aber... Nö, ich habe auch nur die Wurst. Bei mir geht es tatsächlich. Also, es geht hier um die Wurst, aber... Hafenstadt. So, ich brauche nur drei Ziegel unbedingt. Okay. Ich will die Quest annehmen, verdammt. Zwei, drei, vier... Ja, mache ich. Also, wir können jetzt mal schnell machen hier mal... Das ist für mich... Einen Ziegel brauche ich noch. Dann kann ich nicht den Hafen bauen. Äh, die Werft bauen. Oh, ne, kann ich nicht, weil ich... Was? Zehntausend kostet die Werft? Eine Jauchekrube. Oh, wie dumm bin ich denn? Neue Befehle? Oh, mein... Habe ich hier... Er hat sich... Jetzt, äh, eine Handelskammer gebaut hab, oder wie das Ding heißt. Ja, Handelskammer. Ähm... Wir sind wieder drüber, ne? Wir sind schon wieder drüber. Jetzt bei 15. Wieso hast du denn mitgekriegt? Ich seh doch, ich seh doch, wie lang meine Aufnahme geht. Ah, okay, ich nicht. Gut, dann... Wenn mir klingelt nur das Handyfon. Ja, werden die zwei noch diskutieren, werden die zwei noch diskutieren, wie wir live mit der Aufnahme sind, sag ich schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Gerne ein Abo da lassen, gerne liken, gerne kommentieren, wenn's euch gefällt. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, wie auch immer, und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.